Mein Name ist Volker Bruch und die Situation im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos beschäftigt mich gerade sehr. Ich habe mir überlegt, was ich machen kann. Es sind zwei Sachen. Einmal Aufmerksamkeit generieren und zum anderen Geld sammeln, um Projekte vor Ort zu unterstützen. Und dann hatte ich eine Idee, die die beiden Sachen vereint und habe ein paar Freunde gefragt, ob sie nicht Lust hätten mitzumachen. Hi, ich bin Lena. Ich bin Heike Maketsch. Lisa Vicari. Habler. Joko Winterscheidt. Mama Kantereit. Lars Eidinger. Paul Rippke. Hallo. 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 Hi. Hallo. 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 Moin. Hallo. Wir alle verlosen persönliche Gegenstände, die ihr auf www.losfelesbos.com gewinnen könnt. Diese Jacke hier. Diese Oblelle. Meine Originalbrille. Diesen Pullover. Ein SMS-für-Dich-Paket. Den deutschen Fernsehpreis. Ein Album von mir. Ich habe mit Kleinigkeit gebastelt. Dies ist mein Tourbademantel von der letzten Tour. Von mir gibt es den Hut aus Babylon Berlin. Der gesamte Erlös eurer Spenden wird im Rahmen der Leave No One Behind Kampagne für gemeinnützige Zwecke verwendet. Macht mit. Teilt die Aktion. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. In den letzten Tour deines Erlöser. Und von mir ist die Aktion. In der nächsten Tour.